Guten Morgen, Leute! Es ist heute Mittwoch, der 10.03. Es ist gerade 6.45 Uhr und ich bin gerade eben aufgestanden. Sorry für dieses Klackern, es tut mir mega leid, aber es liegt einfach an dieser Kamera. Heute möchte ich euch einfach mal einen Tag in meinem Leben mitnehmen. Ich habe zwar immer noch Homeschooling, aber ich probiere natürlich auch vieles anderes noch zu zeigen, also wie ein kleiner Vlog. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich werde mich jetzt erstmal fertig machen und frühstücken gehen und danach werde ich mich dann direkt wieder... So, Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Es ist gerade 7 Uhr, wie man da uns schwerkeln kann und sorry für dieses Licht. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal meinen Laptop noch fertig hochfahren und dann werde ich mal nochmal auf die Plattform gucken, wo wir unsere ganzen Aufgaben bekommen. Weil ich bin ja immer noch im Homeschooling, aber ich werde jetzt erstmal gucken, was ich noch für Aufgaben habe oder ob ich überhaupt welche habe. Und dann werde ich mal gucken, was ich als nächstes mache. Okay, Leute, ich war jetzt gerade auf der Plattform, da war allerdings nichts. Aber ich habe von gestern noch Geografie und das habe ich auch schon fertig gemacht. Ich muss es jetzt nur noch einscannen und abschicken. Und das mache ich jetzt als nächsten Step erstmal. Ich habe später auch noch eine Konferenz. Ich scanne das jetzt erstmal ein und schicke das ab. Dann ist das erstmal erledigt und danach werde ich halt weitersehen, was ich dann mache. Und sorry, wenn die Kamera die ganze Zeit irgendwie wackelt, weil ich filme halt nicht mit dem Stativ. Ich halte die Kamera die ganze Zeit in der Hand und meine Hand ist nicht gerade sehr still manchmal. Gerade am frühen Morgen nicht. 7.29 Uhr. Ich habe das jetzt abgegeben. Bei mir ist jetzt hier komplett die Bombe eingeschlagen. Aber ich habe jetzt Geo abgegeben und jetzt warte ich eigentlich, bis ich meine Aufgaben bekomme für heute. Wie gesagt, ich werde euch da nicht allzu sehr mitnehmen. Wer sich gerne meinen Homeschooling-Vlog angucken möchte, dem verlenke ich das, wie gesagt, hier oben. Genau, ich werde jetzt erstmal das hier einheften, das, was ich gerade eingescannt habe. Und danach mal sehen, was ich dann mache. Genau. So, sorry für diese Überbelichtung. Ich habe jetzt noch Französisch-Aufgaben bekommen. Und die werde ich jetzt hier machen. Das sind die Aufgaben. Und dazu habe ich dann noch einen Text, den ich lesen muss. Es ist jetzt 8.55 Uhr. Ich habe die ganze Zeit Französisch gemacht. Es hat doch länger gedauert, als ich gedacht habe, obwohl ich noch was ausdrucken musste und so weiter. Und ja, jetzt bin ich damit auf jeden Fall fertig. Und ich mache jetzt erstmal soweit nichts, da ich dann erst in ungefähr knapp einer Stunde die Videokonferenz in Mathe habe. Und so lange werde ich wirklich gar nichts machen, glaube ich. Also ich werde ein bisschen entspannen und so weiter. Und bis dann. Okay, Leute, ich muss da oben jetzt mal das Wetter-Widget wegmachen, weil da steht immer die, also wo ich wohne. Und das ist ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich das jetzt mal weggemacht. Ich habe jetzt mir ein bisschen die Zeit hier auf TikTok vertrieben. An dieser Stelle folgt mir natürlich auch sehr gerne auf TikTok. Hier seht ihr meinen TikTok-Account. So sieht der aus. Würde mich sehr freuen. Ich habe auch ein paar TikToks hochgeladen. Also schaut da sehr gerne vorbei. Ja, folgt mir natürlich auch an der Stelle sehr gerne mal auf Instagram. Würde mich mega freuen, wenn wir bald die 90 Abonnenten erreichen. Wäre mega cool. Ich habe so Bilder hochgeladen. Ich lade jede Woche eins hoch. Und ja, würde mich sehr freuen. Also TikTok und Insta blende ich euch hier auch nochmal ein. Und jetzt werde ich mir die Zeit erstmal weiter auf TikTok ein bisschen vertreiben bis zu der Konferenz. Es ist jetzt halt auch gerade 9.12 Uhr. Also ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Okay, so Leute. Es ist jetzt momentan schon 9.48 Uhr. Ich muss gleich auf jeden Fall in die Konferenz rein. Die wird ungefähr anderthalb Stunden gehen. Also bis 11.20 Uhr. So Leute, nicht wundern, ich habe hier gerade den Blog, weil wir in Mathe einiges aufschreiben mussten. Es ist jetzt 11.24 Uhr. Mein Lehrer hat minimal überzogen, aber alles in Ordnung. Ich bin jetzt endlich fertig. Ja, und ich werde jetzt noch ein bisschen entspannen wahrscheinlich, bevor es dann Mittagessen gibt. Und nach dem Mittagessen werde ich dann mal sehen, was ich da noch mache. So, es ist jetzt 12.39 Uhr. Die Sonne ist auf jeden Fall rausgekommen. Ich gehe deswegen später auch noch raus. Also ich ignoriere das hier. Und ich habe gerade Mittag gegessen. Ihr habt ja gesehen, was es bei mir gab. Bei mir gab es nämlich Nudeln mit Pesto und ein paar Tomaten. Jetzt werde ich ein bisschen entspannen. Irgendwie auf TikTok oder so irgendwas machen. Muss ich halt mal gucken, worauf ich so Lust habe. So, ich bin jetzt rausgegangen. Ich laufe jetzt hier gerade lang, die Sonne scheint. Und ja, ich gehe gleich so einen etwas ruhigeren Weg, sage ich es mal so. Also selbst hier ist schon ruhig, aber noch ruhiger. Und dann nehme ich dort auch noch TikTok auf und vielleicht wird das was. Und dann kann ich es ja vielleicht auch ein Impfenbild noch draus machen. Ja, ich gehe jetzt hier auf jeden Fall noch lang. Nicht wundern, ich laufe gerade. Deswegen wackelt die Kamera auch. Ich werde gleich nochmal weiterfilmen und ja, bis dann. Okay, hier ist gerade ein bisschen der Schatten. Ich laufe jetzt hier so lang. Mal sehen, wie weit ich noch laufen werde. Und ich gucke jetzt mal nach einer Stelle, wo ich mein TikTok aufnehmen kann. Ich habe ein paar Versuche gebraucht tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht im Endeffekt, ob das jetzt gut geworden ist oder nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich das noch bearbeiten muss. Und ich bin gerade hier im Übrigen. Die Sonne scheint und es ist echt schön. Also es sieht eigentlich aus wie einer Wüste, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich gehe jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen lang. Und dann gehe ich auch schon so langsam zurück. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, da werde ich mich wahrscheinlich wieder melden. Das wird vielleicht in so einer knappen halben Stunde sein oder so. So Leute, mittlerweile ist es 14.06. Ich bin auf jeden Fall wieder zu Hause. Ich habe jetzt mein Handy ans Ladekabel gesteckt. Ich sitze gerade hier am Schreibtisch, also nicht wundern. Und ja, ich war jetzt kurz auch noch draußen, habe ein bisschen geturnt. Und auf jeden Fall werde ich jetzt meinen Laptop hier wieder anmachen. Und nochmal gucken auf die Plattform, ob noch was drauf ist. Wegen Homeschooling etc. Und ja, jetzt hatte ich gerade, wie gesagt, mein Handy. Später mache ich mir dann noch was Kleines zu essen. Ja, und ihr könnt mich natürlich auch sehr gerne abonnieren und Glocke aktivieren. Das würde mich sehr, sehr freuen, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Denn jede Woche Samstag kommt ein neues Video online. Solange ich es natürlich noch schaffe, wegen Schule. So Leute, ich habe mir jetzt gerade hier so einen Joghurt gemacht. Aus Äpfeln, Naturjoghurt und so ein bisschen Müsli. Also Vollkornmüsli. Und ich werde jetzt ein bisschen YouTube gucken. Und ja, nebenbei fude ich das jetzt hier. Und ich lasse mir das jetzt auf jeden Fall schmecken. So Leute, ich bin gerade auf TikTok. Ich habe hier einen Entwurf. Ihr könnt das TikTok. Jetzt bei mir, wie gesagt, wenn das Video online ist, ist das wahrscheinlich schon mehrere Tage online. Und ihr könnt auf jeden Fall sehr gerne vorbeigucken. Das wird auf TikTok hochgeladen. Und ebenfalls findet ihr das bei Insta auch nochmal in meinen Reels. Und ich werde jetzt das sozusagen fertig machen, also eine Beschreibung noch machen. Und dann werde ich das veröffentlichen. Das ist jetzt halt das TikTok. Genau, so sieht das jetzt halt aus. Folgt mir natürlich auch sehr gerne auf TikTok an der Stelle. Nochmal Eigenwerbung hier. Und ich werde das Ganze jetzt auch nochmal auf Insta veröffentlichen. Ich habe jetzt den Titel fertig gemacht. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auf Teilen. Und wenn wir das jetzt hier aktualisieren, es wird jetzt halt fertiggestellt. Ja, und jetzt ist das hier unten auf jeden Fall da. Ich lasse auf jeden Fall ein Like da. Würde mich mega freuen. Okay, so Leute. Ich habe jetzt gerade ein TikTok und ein Reel hochgeladen. Dann gehe ich jetzt auch nochmal raus, weil die Sonne mega schön scheint. Danach melde ich mich dann wieder. Okay, so Leute, ich habe mich jetzt mal wieder an meinen Schreibtisch gesetzt. Es ist momentan 15.23 Uhr. Ich habe jetzt hier noch mein Mathezeug für die Matheaufgaben, die ich morgen, also Donnerstag, der 11.3. machen muss. Und ich werde jetzt die eine oder andere Aufgabe da schon machen. So Leute, wie man vielleicht erkennen kann, die Sonne scheint. Ist richtig schön. Es ist gerade kurz vor vier. Ich habe auch gesehen, dass wir jetzt erstmal keine weiteren Aufgaben mehr bekommen haben. Ja, ich werde jetzt meine Federtasche hier noch aufräumen. Und danach werde ich mal mein Bullet Journal rausholen und werde ein bisschen was planen. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall mein Bullet Journal. Ich bin jetzt hier auch bei Pinterest, um mir ein paar Ideen zu suchen. Das sind im Übrigen meine ganzen PIN-Wände. Und so heiße ich auf Pinterest. Ich blende euch den Namen trotzdem hier nochmal ein. Genau. Und ich werde das jetzt ein bisschen planen. So, es ist momentan schon etwas später. So sieht mein Schreibtisch jetzt gerade aus. Ich habe ein bisschen YouTube geguckt, beziehungsweise ich habe eher Musik gehört. Ich habe jetzt tatsächlich geschafft, schon so drei Seiten vorzubereiten. Ich werde das jetzt hier wegräumen, das Bullet Journal. Ich glaube, ich mache dann auch einen TikTok. Hier ist voll die schöne Sonne. So Leute, ich habe jetzt hier meine ganzen gespeicherten Lider von TikTok. Und ich habe das jetzt hier auf so ein Stativ gestellt. Und ja, dann filme ich jetzt halt sozusagen hier. Genau, ich werde jetzt auf jeden Fall noch vielleicht so ein, zwei drehen oder so mal sehen. Dann habe ich auf jeden Fall wieder genug vorgedreht. Ich genieße die Sonne immer richtig, wenn sie hier in mein Zimmer reinscheinen. Ich werde jetzt hier weitermachen. Und ja, dann bis später. 17.28 Uhr. Ich mache jetzt eigentlich gar nichts mehr wirklich weiter. Ich entspanne jetzt eigentlich nur noch. Und jetzt kommt meine Serie und die werde ich jetzt auf jeden Fall auch noch gucken. Und ja, genau. So sieht es auf jeden Fall aus. Und das ist The Plan. So Leute, es ist jetzt schon 18.00 Uhr. Ich gucke nach wie vor meine Serie. Ich werde später noch Abendbrot essen. Ich zeige euch dann auch, was es bei mir zum Abendbrot gibt. Bis später. Okay, so Leute, es ist jetzt gerade 18.37 Uhr. Und ich habe jetzt gerade noch geholfen, das Abendbrot zu machen. Und ich zeige euch das jetzt. Also seht ihr dann jetzt direkt im Anschluss, was es heute zum Abendbrot gibt. Genau, und danach werde ich mich nochmal wieder melden. So Leute, nicht wundern, das ist jetzt hier so ein Kissen. Es ist jetzt so momentan 19.05 Uhr. Wir haben jetzt auf jeden Fall Abendbrot gegessen. Es gab Sandwich Toast. Ihr habt es ja in dem davorigen Clip gesehen. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt nichts mehr. Ich gucke auf jeden Fall noch ein bisschen Fernsehen. Und das war es dann heute eigentlich auch schon. Und ja, deswegen würde ich mich jetzt auch sehr gerne von diesem Vlog verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Und abonniert diesen Kanal auch sehr gerne kostenlos und aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.